Hallo und herzlich willkommen für einen Vorschlag für unsere guten Taten im Dezember. Der Vorschlag für heute ist, pflanze heute oder morgen einige Frühglüher im öffentlichen Raum. Wenn du dazu Krokusse oder besonders die Wildformen verwendest, hilfst du auch noch zusätzlich den Bienen damit. Die Details für die Aktion sind in der Frühglüher-Mitmacheraktion aus dem Oktober. Aber jetzt werden gerade in den Baumärkten und in den Pflanzengeschäften die Frühglüherzwiebeln abverkauft. Und selbst wenn man jetzt noch steckt, ist die Chance, dass sie im Frühjahr zwar etwas später noch blühen, erstmal ganz gut. Und wenn man den Standort so ausgewählt hat, dass sie sich vermehren können, macht das den ganzen öffentlichen Raum und unsere Stadt schöner, auch in den kommenden Jahren. Auch wenn es jetzt im ersten Jahr noch etwas später kommt. Also es wäre schön, wenn viele von euch mitmachen, dann sieht man das Ergebnis deutlich in der Stadt im nächsten Frühjahr. Und vielen Dank für euer Zuhören und ich würde mich freuen, wenn einige mitmachen. Danke.